Regatta Babbe, wo sieht immer gleich den Krieg. Meine Mama ist Mama. Sie hat sich... ...mit nichts im Ausbehalten zwischen den teuren Menschen. Jetzt müssen wir alle sagen, ich halte für die Jäden. Wir haben dann reingekommen zu hier, ich halte für die Jäden. Ich weiss von was. Sie sind gegangen mit der Seite, mit der Order. Sie haben dann unten gekommen, die Jäden kann Auschwitz. Wir haben dann mit den Ältern reingekommen, die Jäden sind in der ganzen Stadt und da haben sie gesessen. Alles so dafür haben wir eines đầusten Geunden. Ich habe sie gesagt, die Jäden sind nicht gegriffen. Sie waren während des Tebres, die Jäden sind nicht gegriffen. Ich habe sie gesagt, die Jäden sind nicht gegriffen. Da ist erkannt, dass wir uns mit ihm nicht mehr in die Gesellschaft sind. Der Seil ist von ihm. Da ist die Wahrheit von ihm. Und um mit ihm zu viel, will er alles.